Hallo liebe Freunde, in diesem Video geht es um den Event Beschwipps der Sommer. Wo du den findest, zeige ich dir gleich. Hier auf das Eventzentrum drücken und hier zur rothaarigen Diana. Dann drücken wir da auf Prüfen und da kommen wir so zur Bar. Hier haben wir die Zutaten für einen Drink. Diese bekommen wir beim Angriff auf Strassenkräfte. Wenn wir da auf Starten drücken, wird da uns ein solcher Drink gemixt. Es ist rein zufällig, welcher Drink das da entsteht. Draufdrücken und jetzt wird da ins Glas gekippt, solange wir den Finger draufhalten. Gut. Wir haben einen Holy Joe. Jetzt auf Geniessen gibt diese Fähigkeiten für 10 Minuten. Plus 5% Verteidigung für alle Einheiten bestätigen. Und jetzt drücke ich da oben auf Cocktails Sammlung. Ich habe jetzt da schon zwei Cocktails, zwei verschiedene. Wenn wir drei verschiedene haben, können wir da oben auf das Glas drücken. Dann gibt es diese Belohnung. Und wenn wir alle 16 verschiedenen Cocktails schaffen, dann gibt es da eine richtig tolle Belohnung. Zum Beispiel 15 Millionen Güter, 15 Millionen Bargeld und 1,25 Millionen Munition. Ziemlich sexy. Es ist so, dass diese Drinks, es gibt nicht einfach immer einen neuen, das Ganze wird per Zufall generiert. Also es kann sein, dass du viel mehr als diese 16 Drinks herstellen musst, damit du dann am Ende 16 verschiedene Drinks hast. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Und hier habe ich dir jetzt noch zwei Videos verlinkt, die dir auch gefallen könnten. Würde mich freuen, wenn du sie dir ansiehst.